Okay Leute, da wären wir wieder zur nächsten Folge Infinity, heute wieder mit Reis, hallo. Servus. Ja, nach langer Zeit mal wieder hier. Ich guck mal, was in deiner Kathedrale so los ist. Nix, die ist noch sehr klein, aber ich hab gesagt, die ist noch mit dem Schiebenbausch ein bisschen. Okay, ich kann dir auch helfen hier. Und wie groß soll das ganze Ding werden? Ich schalte später noch. Na gut, ist ja schon mal ein Stückchen hier. Soll das noch breiter gehen, in die Breite? Ja, ja, aber lass das mal so, ich will's jetzt mal hier machen. Und womit willst du das ausbauen? Mit Quarz? Oder irgendwelchen anderen Sachen? Ich bin auch überlegen, ich guck mal, ich bin auch noch kein Name. Für erstmal will ich hier aus. Na gut, das ist halt immer so ein kreativer Prozess. Das merk ich auch immer bei den Häusern. Ich muss ja jetzt noch die Dächer bauen, bei Lukas zum Beispiel. Kennst du das Haus eigentlich schon von ihm? Nee. Okay, das können wir auch gleich mal noch angucken. Generell die Stadt hier. Da zeig ich dir mal, was alles passiert ist. So, das Eisen will ich dir mal nicht klauen. Das ist eigentlich schon genug. Ah, okay, danke. Du bist ja so ein armer Schlucker. Naja, ich mein, ich kann's gebrauchen, weil ich ja eigentlich hier am aktivsten bin. Ich hab übrigens auch bei dir einen Weg gebaut zum Haus hin. Oh, hast du? Ich will, dass du mir irgendwann auch mal noch ein Haus baust. Naja, ich mein, du hast ja ein Haus schon. Ich weiß, aber ich will auch eins von dir. Hä, wohin dann? In die Stadt, wo du eingepackt und so wohnt. Ach so, noch so ein zweiter Haus. Nein, hallo, nicht auf dem Boden. Ach so, ja, okay. Guck immer diese hier, warte. Guck mal, das war schon wieder für heute. Ich mach immer ein bisschen, wenn ich hier bin. Okay. Nee, komm, so kannst du mitnehmen, der geht dir. Na, danke. So, na dann zeig ich dir mal die Stadt. Untersuchen wir jetzt die Stadt. Ja, genau. Ich hab nämlich jetzt auch noch eine Grabsteinhalle angefangen, wo die endlich mal untergebracht werden. Oh, hallo, fame. Ja, genau. Weil das reicht ja nicht mehr, das bisschen hier, wo die da standen. Und benutzt du euch endlich mal ein Smartpack? Mach die doch mal so Rüstung wie ich, Alter. Ja, ich benutze das Smartpack, aber ich krieg die Rüstung nicht. Ich hab neulich Drachen getötet, die Völken kommen jetzt auch. Diese Dirt chest, Alter, ist Kult. Ja, genau. Könntest du vielleicht schon mal hier so eine kleine Treppe runter bauen. Ja, das stimmt. Hier kommt man mal so schlecht hoch. Mach da mal ein Schild, damit du dran denkst. Ja, einfach nur. Wie spitzelt hast du eigentlich hier? Oh, das wär nochmal interessant zu gucken. Ah, 2,95 Tage. Boah, ich glaub, du fährst noch nie ne Micro-Projekt. Hm, doch. In TinyCR hab ich glaube auch drei oder vier. Was? Oder? Nee, ich wiss gar nicht. Das Haus ist aber schon ein bisschen zu klein geraten. Welches Haus? Ach, von Falk? Willst du, dass es größer wird? Ja, das ist vielleicht ein Gartenhäuse. Plötzlich noch ein großes bauen. Naja, aber ich will mich jetzt auch nicht überfordern. Oh Mann, ey. Ne, jedenfalls hier hinten ist dann diese Hall of Dings. Hey, wo bist denn du jetzt schon wieder hin? Junge, was ist das? Hey, was ist das denn noch alles? Wie viel gibt's denn noch von diesem pinken Zeug? Was machst du denn hier? Hey, ich hör hier irgendwelche Blöcke. Wo ist das? Ach, du setzt hier wieder irgendwelche komischen... Ach, was ist das denn? Ist das so ne Limbo-Stange oder was? Ne, das ist ein Force Field. Ach so, lol. Ich finde, wir sollten langsam endlich mal ins scheiß Twilight Forest gehen. Ach, in diesen Twilight Forest, ja. Ja, hier ist die komplette Dimensione-Mod-Pick, die wir noch nie genutzt haben. Na, stimmt. Und auch dieses End-Event sollte ja jetzt bald sein. Das haben wir ja auch noch nie gemacht, also ist auch ein bisschen komisch. Aber ist halt in Vergessenheit geraten. Da müsste eigentlich Red Tiger mitmachen. Ich soll auf jeden Fall noch hier rein. Irgendwann. Meinen Shop, ey. Den hab ich auch schon seit zwei Jahren nicht weiter gebaut. Da würde ich auf jeden Fall mal mehr befüllen, weiß ich noch. Ich kann ja mal hier Cobblestone reinlegen. Gysal kann ich mal nachlegen noch. Wo bist du denn? Wo bist du? Na hier, jetzt wieder bei meinem alten Haus. Ach hier, du baust gerade so ein Portal nach. Okay. Da brauchst du, glaube ich, so spezielle Blöcke irgendwie. Ich glaube, das war gerade so ein typischer Clickbait-Titel für Kinder. Wo ich auch reingefallen bin. Clickbait-Titel? Ja. Ja, ich glaube, das ist es gerade. Ich hab gesagt, ich muss einfach ein Diamant reinschmeißen. So ein Eifastein-Video oder was? Reingehauts. Geht das so? Ey, warte mal. Ich glaube, es darf nur eine Blumensorte sein, oder? Hm. Ach nee. Als ob es hat funktioniert. Oh mein Gott. Wir haben's, Nick. Wir haben ein Portal zum Twilight Forest. Ja. Aber nee, das würde ich sagen, machen wir nächste Folge. Wir gehen erst mal in den Rest der Stadt. Okay, gut. Aber wir haben endlich das Portal. No. Und? Ich muss doch mal Zeit nach zwei hier an. Ja, no. Ah, ich dachte, wir haben das schon irgendwo gehabt. Obwohl das war, glaube ich, Hexit. Genau, wie du hier siehst, habe ich die Wegbeleuchtung weitergebracht. Was hast du denn hier? Das ist Lukas Haus. Du baust sie für alle im Haus. Ähm, fändest du das hier cool? Ja. Ja. Wenn du was auch mal in TinyCR8 gebaut hättest. Ähm. Soll ich jetzt mit keinem Haus. Scheiß Haus. Naja. In TinyCR8 konnte ich ja nicht mit Holz bauen. Deswegen müsste ich mir was anderes einfallen lassen. Hast du schon 10 Minuten aufgenommen? Ne, wir müssen noch die Grabsteinhalle zeigen. Ja, komm dann schnell. Hier hinten ist sie. Da kommt noch ein Weg hin. Meine letzte Folge, Infinity, war am 2.08.2019. Ja, ne? Genau, wie ich gesagt habe, habe ich vorhin auch nochmal nachgeguckt. Ist schon krass. Das Ding ist, solange ich schon nicht dieses Logo wieder finde, kann ich nicht weiterspielen. Äh, das habe ich dir schon mal wieder geschickt, ne? Kannst du mir auch mal schicken? Ja. Dann mache ich nach der Folge, oder? Mach jetzt schon mal gleich, dass ich den Stream vorbereiten kann. Ach so, du würdest dann den Twilightfall streamen? Ja, natürlich. Okay. So ist nämlich mal leid, das Schiemann zu schmeißen nach fast zwei Jahren. Ja, gut. Die neunte Folge. Stimmt. Ich muss mal kurz einen Rechner machen. Tagesrechner. Rechner? Ach so, wie viele Tage das her ist. Ja, das müssten jetzt irgendwie 680 sein. Ne, 670 Tage ungefähr. Boah. 689 Tage. Ja. Nach 689 Tagen kommt die nächste Folge. Ja, ne? Krank. Aber Infinity hat es verdient, so ein geiles Comeback. Soll ich nicht einen Titel machen, Comeback nach 689 Tagen? Ist doch viel besser. Ja, doch. Na klar. Statt, wie betreten die Twilightfall ist. Na, wie du willst. Oh, da ist es. Oh, schön. Ist einfach ein Augenschmaus. Ich kann es nicht glauben. Hey Leute und herzlich willkommen nach 689 Tagen zur 9. Folge von Minecraft Infinity zusammen mit dem Sick. Hallo. Ja, hallo. Ich bin auch wieder dabei wie in der letzten Folge. Ja. Leute, 689 Tage. Also fast zwei Jahre ist die letzte Folge schon her. Ja. Und immer noch kein Suro 3 ist gekommen. Ja. Und zwar zu Suro 3, Mario 5. Na genau. Oh. Weil wir haben, ich kann dir mal ein bisschen zeigen was von der letzten Zeit passiert eigentlich. Ich mach es mal zwischen den nächsten Folgen, weil ich finde die jetzt auch wieder regelmäßiger kommt. Ah ja. Na, du hast nur gewartet, dass es wieder so ein Comeback-Wert wird. Ja. Und das Comeback war es heute gewert, als wir zum Ende nach 2 ins erste Mal ein Twilight Forest Portal gebaut haben. Ja. Na. War noch nicht drin, weil jeder gleich schreibt, weil sie keine Folge zu Ende hat. Na, ich baue hier noch ein bisschen die Treppe. Und du kannst ja nochmal, oder? Wolltest du jetzt noch zeigen oder machst du das später, die Stadt? Mach ich weil anders. Okay. Und deine Base hast du ja auch angefangen. Beziehungsweise die Kathedrale. Na, die Treppe ist noch ein bisschen hässlich, muss ich sagen. Aber eigentlich mal bitte ein bisschen die Kleidungswelt schon auf. Ich will kein Schlafen. Ja. Na gut, das sollte reichen. Ich kann das nun irgendwie schneiden. Dann würde ich jetzt einfach mal beenden. Und wir gehen in der nächste Folge in den Dings. Ne, Wald. Insta moris.19- und vizemauasenr. Genau. Und in diesem Sinne war es das.